Die Führung für Groth beim Aufschlag von Boll. Zurück in Minsk bei den European Games und wir sind beim Tischtennis. Links hat sich der Deutsche deutlich steigern können, hat einen 5-Punkte-Rückstand wettgemacht. Der Deutsche konnte sich nach hartem Kampf da durchsetzen und deshalb kein Samsonov, aber Timo Boll im Finale gegen diesen starken Dänen, gegen Jonathan Ho. Nach wie vor bei uns natürlich Michael Fuchs. Die Angst vor Timo hat sich gut ins Match reingefunden. Das Ausgleich, man hat das schon gesehen, der war schon beeindruckt. Da hatte der Däne zwischenzeitlich wirklich einen Lauf, da hat er jeden Ball reingesetzt. Aber hier live zurück in Minsk, hoffen wir einfach mal alle zusammen. Das entspannt eigentlich dieses Endspiel bestreiten, weil sie wissen, sie sind auf jeden Fall... Der 26-jährige Jonathan Groth, 2010 schon Junioren-Europameister im Doppel gewesen. Benjamin Groth ist vor allem auch ein Ernstgegner, so scheint es von Dimitri Oftscherhoff. 4 zu 0 verloren. Jonathan Groth hier zeigt, es ist wirklich super, dass Groth das Niveau jetzt hier weiter halten kann. Weil das ist auch der große Vorteil von Timo Dert. Und vielleicht die allergrößte von vielen Stärken des Deutschen. Gespielt, also der hat sich einiges vorgenommen, der Däne. Und auch da der Konter direkt, geht volles Risiko. Auch hier wieder Sennschenreger hat sich nochmal vorbereitet, speziell in Höchst, im Odenwald. Seine Heimat, Zusammenlauf und Konsorten sieht. Dann weiß man, man kann auch über 40 noch deutlich sich vielleicht sogar... Jetzt hat Timo wieder in die tiefe Vorhand gewechselt. Timo. Überragend, überragend, sensationell gespielt. Das ist ein bisschen blickert. Wahnsinns Ballwechsel. Wirklich gutes Match, das den bisher. Den verschlägt, ja, das ist das starke, das ist auch niveaumäßig, ganz starkes Spiel. Das Finale, das man sich erwarten durfte, als Tischtennis-Fan. Timo. Gegner auf Augenhöhe für ihn hier, für Timo Boll. Und wir haben den... Ja, Groskopf, der versucht das Spiel des Dänen noch besser lesen zu können, aber jetzt muss er erstmal erkennen, okay, für diesen Satz hat es nicht gereicht. Ein tolles Finale sehen wir hier in diesem Einzel-Bei-Satz-Rückstand. Jetzt auch Timo mal mit einem Fest, da zu lange Aufschläge. Guter, direkt nachzuspielen. Zeichnet ja Boll normalerweise aus, dass er versucht, die Gegner nach seinem Aufschlag zu... Keine Angst davor hat, Risiko zu gehen. Da ist der Däne aktuell ein bisschen besser. Und wieder stark umlaufen. Hat er es schon geschafft, die Aufschläge von Boll ganz gut zu lesen, aber das war natürlich... Das ist unglaublich, was Guter spielt. Boah, sensationell. Schon sag ich's. Rückschlag. Boah, ja, das gehört auch dazu. Das ist halt ein bisschen ein Duselball. Wie stellt man sich ein auf so einen Gegner? Man spielt... Ich sag mal, Grundrezept haben. Normalerweise schauen sich die Spieler, wenn sie sich optimal finden. Dann nochmal drüber, was da die Taktik wäre. So sollte das normalerweise im Vorfeld ablaufen, auch wenn da die Zeit sehr kurz ist. Er kann sich auch als Trainer anpassen, wenn einer ein bisschen mehr Push braucht. Und diese Erfahrung, die kann man mit Sicherheit sehr, sehr gut brauchen in dieser Position als Cheftrainer. Der Kante auch nochmal auf den Tisch. In diesem Falle war es nicht so, aber wieder dieses H4-3, die Führung für den Deutschen. Sogar mit Rücken aktuell der kleine Vorteil gegenüber Timo, der doch ein bisschen gehäbiger hier rüberkommt. Aber... So, jetzt sollte er mal so einen Ballwechsel für sich entscheiden, der Deutsche. Ja! Unglaublich. Also... Heute mit seinem 1,86 Meter, Jonathan Groth. Ab und an kommt ihm das zugute. Die Leistung nicht schlagen. Auch schon beim Weltcup 2018 im 8. Finale gewesen. Also der ist schon seit einigen Jahren sehr gut. Ja, und das ist nicht nur mit den harten Schlägen. Und wieder dieser klasse Lückhand-Banane-Ball aus der Mitte tief in die Vorhand. Also das ist sehr stark jetzt von Timo. Da geht er auch ein bisschen in die Vorhandseite rein, um dann den großen Winkel zu spielen. Bisschen Netzbedürfung leider, aber uns soll es recht sein. Für den Zuschauer kurz erklärt. Banane deshalb, weil der Schläger entsprechend gehalten wird? Ne, weil die Schlagbewegung so eine leichte Kurve macht. Und... Zusätzlich unter Druck. Müsste doch möglich sein, diesen Satz nach Hause zu bringen. Für Timo Boll. Jawohl! Gleich den ersten Nutzer gegen Timo Boll, der jetzt aufschlägt. Und Durchgang 6 eröffnet. Oh! Wie! Über den Ball so wirklich, sondern geht gerade durch den Ball durch. Auch eine Variation hier. Und wieder der harte Ball jetzt hier. Also ich bin mir nicht sicher, ob der auf dem Tisch war oder ob der auf dem Netzpfosten war. Ich glaube, Groth zeigt es auch an gerade. Deshalb, der war nämlich an der Netzkante und dann am Netzpfosten. Und das zählt alles zum Netz. Das heißt, der hat den Tisch eventuell gar nicht berührt. Bedeutet der konsequent was? Punkt für Groth eigentlich, wenn der am... Schauen wir genau hin. Ja, das ist Punkt für Groth. Das ist ganz klar. Der war praktisch an der Kante des Netzes und dann an dem Ständer des Netzes. Und das gehört nicht zum Tisch, sondern das gehört zum Netz. Also eigentlich war das kein korrekter Schlag von Timo, muss man leider so sagen. Und normal, wenn Timo jetzt die Wiederholung sieht, dann wird er das selber auch sagen. Ich frage es, ob er danach den Tisch vielleicht nicht berührt. Ist er da noch an die Kante gegangen? Nee, aber das... Also ich sage jetzt einfach mal, dass das kein Punkt für Timo war. So leid es mir tut für Timo. Kann auch sein, dass er ihm den Punkt jetzt schenkt. Weil das weiß er selber am besten. Aber da sitzen internationale geprüfte Schiedsrichter. Sie sollten doch sowas erkennen, oder nicht? Du sagst nicht. Und den Videobereist gibt es eben im Tisch jetzt nicht. Das heißt, die erste Entscheidung steht. Und deswegen... Oh, sensationell. Überragend gespielt von Timo Boll. Ja, der kann Timo den Aufschlag kurz halten. Oder vielleicht sogar für einen ganz langen sich entscheiden. Aber wenn es dazwischen wäre, wäre er ein Problem. 3 zu 7 aus Sicht des Dänen. Aber du weißt natürlich auch, da steht ein Weltklasse-Mann. Jetzt musst du alles riskieren auch. Und Topmann aus, dass er genau weiß, in den entscheidenden Situationen, da muss ich voll da sein. Dann packt er sein bestes Tischtennis aus. Da ist auch vollkommen wurscht, was am Anfang vielleicht an Problemen da war. Hier, das ist entscheidend. Was er jetzt hier zeigt. Und das ist Weltklasse. Vor dem, den EF gesagt, manche Spieler wundern sich, dass sie auf einmal 0-3 hinten liegen im Setzen. Du weißt gar nicht, wie es passiert ist. Aber es ist halt, wie du sagst, das Phänomen Timo Boll. Sicheres Spiel. Unspektakulär oft. Aber auch heblich geringere Fehlerquote als die Konkurrenz. Am Anfang war es heute nicht so. Da war Groth mit seinem knallharten Eindrucksballen vor allem. Ja, und da. Und mit so einem klacher Ball à la Timo Boll. Wahnsinns-Forn von Jonathan Groth. Und Timo fährt einfach nur den Schläger aus. Ja, Michael, ich glaube, man kann sagen, ein tolles Spiel zum Abschluss dieses Einzelwertbewerbs. Bei den Männern, bei den Herren im Tischtennis, nach Silber bei den Damen. Nur also Gold im Einzelnen. Kurzes Fazit von dir zu diesem Spiel. Ja, super Spiel. Also, du bist ein bisschen zu viel. Also, du bist ein bisschen zu viel.